hallo und herzlich willkommen hier ist meine heute folgende marsch wenn jetzt die kühle versorgen die kühle haben mittlerweile stroh bekommen die schweige auf wasser läuft aktuell und wir werden gleich mal vor der geben also nicht vor der füge und dann fahren wir zurück mit schweine futter für schweine dann muss feld 13 noch gedüngt werden da bin ich gleich dabei noch mal sehen dass die kühle versorgt werden dann musste ich erstmal die ganzen wasserläufe wieder korrigieren gerade durch ein update auf null gesetzt kann man sagen und nun ist es ja wieder optimal läuft schweine und bei den kühlen das futter war schon gelben bereich und im morgfrüh wäre das sicherlich rot kann man sagen oder ganz weg je nachdem wie lange man schläft und das würde ich vermeiden dass überhaupt rot wird ich müsste mal heu nachkippen das ist zumindest ein heu als reserve haben das wäre auch mal nicht blöd kann man sagen ne zumindest ein halb anhänger oder silage halb ne mal sehen aber erst noch kriegen sie ihr mit schweine das fressen sie weiß nicht zuerst rein vom logischen her ist das nicht logisch aber sie würden eher gras fressen also das würden sie gar nicht mal so sehr anhören wenn gras vorhanden ist dann würden sie eher gras fressen das ist nur allerliebe frisch gemüse als als hier na gut bei rohkohl oder weißkohl als aberkraut naja wirklich schmackssache ne vergleiche hinkt etwas aber wie gesagt das ist man kann halt nur sehr gut konservieren die lage reue tue ich auch ne weil es trocken ist ne das ist ja ideale methode muss nur halt richtig wir dafür haben dann geht das drei vier tage muss trocken sein gut der rest geht ein anderer stahl rein ich denke mal das ist na wie holt man voll anhänger sonst muss man normal fahren da muss man zack zack gehen ich hätte eigentlich mal einen kurs programmiert aber das ist ja jeden zwei tage normalerweise weil kühl ist und so wenn die sich vermehren und plötzlich mehr futterbedarf da ne dann ist schlecht wenn nix da ist ne sondern das ist ein hauptstahl ne die wäre ja voll jetzt bin ich noch mal die kälber da geht glaube ich nicht alles rein die haben einen kleinen futterbedarf weil die ja noch etwas kleiner sind jedenfalls von den zahlen her ne von den werten her klassistik und so den mist muss ich mal ja verwerten zum glück warum ich hier nicht putzen ist nur sauber den grund weiß ich aber hatte ich mal schon im touring gehabt im selben kuhstall und ein fest verbauter stall hat kein mist gespawnt und dann habe ich in der cv datei laut anleitung von caster eine datei ausgetauscht ich selbst jetzt gar nicht gewusst und dadurch ist im k.i stall also dem original also fest verbauten stall mist gespawnt also erschienen kann man sagen im misthaufen und leider auch im kuhstall wo die milch gab aber ist ja auch egal so viel zeit müssen wir haben so jetzt gehts noch einmal Schweinefutter da nehmen wir aber alles also voll da drohen sich schon ne das sind wir selber haben wir schon könnten wir mal locker was verkaufen auch Schweinefutter haben wir auch eigentlich wir mussten mal ein bisschen getreide zum malzabrik fahren jeder so viel arbeit beziehungsweise alles im gleichen zeitpunkt gemacht die produktion soll da laufen und bei der ich sag schon bei der brauerei geht die malz zur neige also müssen wir die produktion wieder ein bisschen anfahren dann können wir garantiert bald noch wasser fahren während drei tagen ein bisschen wasser kaufen können die muss man gleich sehen die anderen beiden hier versorgen hier zum einen muss gedüngt werden zum anderen muss es leider gleich gubber werden das mache ich deswegen um die Düngestufung zu bekommen mit einem Schlag ein bisschen versuch für die aussah das noch ein bisschen früh also ich wollte Raps aussehen Ende Sommer Anfang Herbst es gibt Fresschen ja genau mit euch schon müsste ich hier auch noch ein Lager aufbauen für Schweine Futter mal gucken ob es einen gibt dann wäre das hier vor Ort oder ich mache Automatik ich weiß nicht genau ob das funktioniert könnte aber funktionieren weil es auch von Kastor ist er könnte eigentlich mal gucken ob ich da eigentlich ein Ding finde ja das war nicht viel so wir lassen stehen dann gehen wir gleich mal zu Feld 13 dann werden wir gleich mal Düngen Düngen bisschen meckert auch so Kurskender hier oben 13 da hier machen wir zwei in dem Deich hier oben 30 Meter ist ein ganz großer Bereich aber da werden wir sehr gerne umfangreich Dämmen Speichern wir gleich mal Feld 13 Düngen Dämmen 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 30 Meter Ehm Dämmen 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 Gungs Einschauen Und diesen bruder vorbereiten aber kommt bei jetzt nicht das ist mir jetzt als versuchte ob dazu klappt das war hingestellt aber der kann ja anfangen würde ich nicht weil das steht dann im weg wir können ja schon mal kurz löschen kursgenerierung 13 vorgewänder 2 wie sagt in den deich hier oben zurück warten wir einen anblick also wir gehen woanders hin dünne der ist wo auch hier okay der flügt noch dann fahren wir mal zurück feld 50 wird noch geflügt davon dünnen wir es nicht nur mehr mit der aussage da wo getreide war kann ich jetzt hier eine raps einsehen theoretisch das 50 wäre ganz gutes feld abs habe ich noch zu stehen wir fahren mal ich wollte noch zement verkauft oder sieben steine im museum und das ist so wichtig das mache ich eher im winter ja so wie weiter ein schönen dienstag paletten verteilen müsste ich auch noch wir haben zu tun wirst du jetzt gar nicht wo ich eigentlich stehen habe sind paletten oder so mit wären könnte ich theoretisch wo hat das gefehlt paletten mäßig paletten haben gefehlt ein dingster dingster eine bucherei ich müsste eine fuhre oder eine richtig große fuhre nach ding fahren mal zum link das werden wir gleich tun da fußgänger oh dann melden wir Regen an das ist das ist okay Stroh ist nicht so wichtig haben wir schon erledigt und wir können Wasser gebrauchen das müsste schon ein Gewitter sein normalerweise ich wollte sagen das rumpst gerade der Windstoff weg immer schön sagt das tropft am heißen steil wenn du Temperaturen hast das überall heiß und Boden aufgetrocknet der ist knochenhart rein theoretisch ne und wenn dann so ein platz regnen kommt das läuft am meisten weg aber gut wir haben mal hier flachland hat das hier an die Gremie täuschen ne normalerweise wir sind zu hause im Dorfteig wenn es richtig heiß ist mehrere wochen dann ist der fast trocken und reingehen darf es nicht dann unten schlammeln im Grunde um Rast so der andere kommt bei Düngereien gar nicht lange überlegen da ist der blaue Anhänger gleich mal einmal Getreide im besten Weizen und der will nur Weizen oder Gerste das heißt hier werden Weizen drin aber genug da so im Lager ja jetzt kommt der Regen hat keine Auswirkung wir haben ja eh alles die Ernte zu breit bis jetzt ich hab da können wir hier noch nicht reden so dann gehen wir da hin und gehen zum Lkw neben vom blauen Anhänger die Lkw die blauen wir haben aktuell keine Lkw zu fährt und daher kann der auch noch gehen wollen vielleicht wird auch sauber ich müsste noch Dünger und Saatgut in den globalen Markt reinfahren das wäre ganz praktisch wenn ich das nicht vergessen sollte wenn ich das auch nicht so tragisch müsste an den Reichen für Thüringen müsste aber ich brauche hier auch noch Saatgut ne also so ist das nicht aber die Produktion läuft ja so Schweinefutter nicht Kakao nicht, haben wir uns Gras, Karotte, Zwiebel der Hauptfrau hat lohnt sich nicht zu fahren bis unser Hauptfeld erntereif ist hat dauert und so weiter Taller könnten wir bei Dings reinkippen Pflantenschutz wir haben das mal kein Angesät also das müssen wir nächstes Jahr machen also da müssen wir nicht ausschreiben jetzt schon bald ne so dann werden wir gleich mal Weizen Richtung Dings fahren Wasser und Kalk werden wir hier kaufen da haben wir jetzt wo wir auch Kalk eigentlich äh ja Herstellung so zu früh das lohnt sich nicht also das ist der erste Anhänger die müssen eigentlich als irgendein Symbol kommen ja genau kippen wir ab Wasser fehlt Wasser soll der Belehr geworden sein ne also kaufen wir mal normalerweise hier wird dann nichts werden ne aber hier wir haben ein bisschen Kompost ein bisschen ja Wasser wir kaufen mal ein bisschen wir haben jetzt Tabak 200 Liter ne 74 ich mach den gerade Rechner das geht das geht Kalk nur 10% da kommen wir noch weiter mit hin ich kann mir jetzt Getreide holen wenn der Regen ist gut nur zu kurz aber wird schon werden ne so liebe Schauer das soll es dann auch schon heute schon gewesen sein Wahnsinn wie es dafür geht ja dann seid mal tschüss tschüss tschau du brummst gerade du bitte jetzt fahren wir los und zum Lager tschüss tschau und dickes Danke für dieses Rentschauen tschüss 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 tschüss